Was war? Danny, alles in Ordnung? Wenn du meinen Blick sehen könntest, dann würdest du sagen, wenn Blicke töten könnten. Egal, komm, jetzt machen wir's. Keine, keine miesen Tricks. Aber keine miesen Tricks, okay? Okay, wie komm ich jetzt an den Würfel? Ich mach da jetzt mein Portal in. Du kriegst dich da oben auf die schwarze kleine Fläche noch. Hier drauf, okay. Vorsichtig, geh da bloß nicht rein. Nicht, dass du mir gleich wieder hinkommst. Moment, ich muss meine noch machen. Gib ihn her. Und hier ist der. Danke. Äh, ich komm nicht dran. Äh, nein! Hast du ihn? Ja, aber ich bin ins Wasser gefallen. Da hat irgendwas nicht geklappt. Aber es geht. So, okay, nochmal, jetzt haben wir's schon fast. Autsch. Mh, der Wannimo! Waaau! Okay, und jetzt noch hier, und dann, jetzt, Übergabe bitte. Äh, warte, ich muss mir erst noch einen Wufel holen. Was ist denn? Einen Würfel. Einen Würfel. Einen Würfel haben wir da für alle, alle gelegenen Zeiten. Möchten, möchten Sie uns helfen, den zu verbreiten? Oder so? Hä? Hä? Wo hab ich denn jetzt mein Butter allein gesetzt? Ähm. Oh, fail. Das muss da, genau da unten hin. Nochmal! Dahin. Hallo! Hallo! Wo bist du da? Du bist da die ganze Zeit. Nie mehr ohne Fitter. Der konnte mir auch wohl die Fitter verloren. Hä? So lustig. Okay, ich bin da. Wo bist du? Jetzt ganz vorsichtig. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen rum. Okay, jetzt. Nein! Nein! Oh, oh, oh. Ich ertrink, ich ertrink meinen eigenen Tränen. Können Roboter weinen? Wenn ja, dann kann ich's. Ja, okay Ey, was ist so Bist du gelandet da? Ich bin im Wasser gelandet Das hat mir nicht gut bekommen Die Portale sind ja noch hier Du musst die erstmal wegmachen, okay So, erledigt Okay Wir machen es uns zu kompliziert Okay Einmal hier und einmal da Vorsicht, geht er weg Okay, ich bin weg Boah, weißt du, worauf ich jetzt Bock hätte? Hey, Jelly Bellies Okay, wie komme ich jetzt an den Würfel? Okay, hab ihn Gut, das ist das Wichtigste, dass du ihn hast Meine Portale sind jetzt eh weg Okay Und jetzt springe ich durch Und diesmal richtig Und abschießen Äh, aber Wie soll ich die Wie soll ich die jetzt abschießen? Ich bin nicht lang genug im Laser Um die zu erwischen Ich wirklich Oh Ich hab Doch, siehst du Haha Bam! I'm firing my laser Friss das, ihr Türme Jetzt kannst du deine Aggressivität rauslassen Okay, sie sind weg Wir können rüber Wir fahren wieder durch Okay, danke für die Hilfe, Würfel Stütze die Affe in den Drogen Und Ich bin drüben Wie drüben? Ich bin drüben auf der anderen Seite Ich habe da oben meins gesetzt Und bin da durch Und jetzt machst du es genauso Du musst erstmal hier hingehen Genau Oh, es lackt schon wieder Fuck Bei mir lackt es auch Ähm Oh, du brauchst aber mehr Speed Ja, ja, ja Also Geh erstmal so hin, wie ich dorthin gekommen bin Über die Rampe Okay Aber ich bin auf dem Profi-Weg Das ist der Profi-Weg Vertraue mir Okay Und ich mach für dich die Portale, okay? So Jetzt springt durch meine Portale Oh, hallo Okay Und Und jetzt kommst du zu mir Komm zu Papa Hallo Hallo Oh, ich bin schau Au, ja Seid ihr auch so aufgeregt? Aufgeregt? Was ist das für ein Wort? Ich kenne bekümmert Ähm Verstört Ich kenne Menschen? Hey, wir beide sind Menschen Ha, ha, ha Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontage-Einheit? Nee Er ist so tausendmal gehört Aber ich glaube, du kannst ihn uns auch nochmal zehntausendmal erzählen Wir haben genug Speichern in unserem Roboter-Gehirn Kommst du? High Five Nein, kein High Five Okay Okay, jetzt kommen wir zur vorletzten Kammer Oh Was war? Danny? Alles in Ordnung? Ah Was war los? Ich hab mich gereckt Oh, ist das geil Du hast dich gereckt? Das hat dir angehört, als wärst du erstochen worden Oh Siebte Aufgabe Letzte Zwei plus zwei ist fünf Wenn wir die Menschen retten können Dann lasse ich euch etwas addieren Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren Drei minus eins ist vier? Hä? Zehn Pe-po-schnü Sind sieben Cent Hä, was? Hä, das war ja einfach Komm So Ob das was bringt? Ja klar Gucke Ich lauf jetzt so Dann lauf ich so richtig schnell, ne? Bam Dann drück ich den Knopf unterwegs Und spring ins Wasser Ach so, da kommt ein Würfel runter Hä? Menschen? Sterben? Oh, sterben ist auch lustig Hä? Aber wie kommt man Wie sollen wir denn an den Würfel dran kommen? Ich springe einfach hier durch Und ähm Das bringt nichts Äh, ja Nicht wirklich Ich mach Ich mach mal überall etwas hin So Und einmal hier Hi Und einmal hier Ich mach überall ein bisschen hin Hallo 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 Boah Äh, was ist das? Was ist das für ein Knopf? Oh Ah, ich weiß wie Ich weiß wie Ich weiß wie Guck mal kurz zu der Wand da Ja, ich weiß Okay Guck mal kurz ein Dass wir wissen Wie sexy das ist Hm Verdammt sexy Ach schade, ich hab meinen Aufprall nicht gesehen Ähm Wie soll das jetzt Rote G so hinlegen Ah, verstehe Du läufst wieder hier durch Und dann setze ich mein Portal da Ne, das geht nicht Ich kann nicht durch die Ich kann nicht durch die Das Obwohl doch Das müsste klappen Moment Ich krieg das hin Ach, dafür ist es Rote Guck Ich lauf hier dann Zurück Schieße Und dann kann ich dich Rüberschleudern Autsch Bist du bereit? Ja Äh, wo Durchfall dich Jetzt muss ich Ich muss das Dunkelblaue wegmachen Okay Das Dunkelblaue Okay Äh So Und jetzt hol den Würfel Hol den Würfel Oh Ähm Da muss doch ein Nein, da war kein Würfel Hä? Ich hab da keinen gesehen Oh, der Ach so Ähm Oder muss so Ach Der Würfel Der fällt ganz knapp runter Ich muss erst die Brücke Entstehen lassen Du musst Also du musst erst auf die Brücke Und dann lass ich Auf Am anderen Ende Den Würfel fallen Den musst du dann holen Okay? Ja Ah, ich verstehe wie Halt dich fest Ich krieg das hin Okay Ich vertraue mir Wir kriegen das hin Ah, ich vertraue dir Ja genau Äh Okay Ähm Ja Vielleicht muss ich doch Zurücklaufen Und dann das Entstehen lassen Aber dafür reicht auch Die Zeit nie Ja, okay Tut mir leid Es war doch nicht so geklappt Vom zeitlichen her Hörst du dich selber? Ähm Manchmal Manchmal aber auch nur Okay Okay Bereit? Einfach durchlaufen Ja, ich laufe Äh So Okay, bist du da? Und jetzt ans andere Ende Los, 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 los Nein, der ist daneben Los, 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 nochmal, nochmal Nein Die Brücke geht runter Äh Ja Du musst ganz ans Ende Soll ich rüber? Ja, das ist besser Okay Gut Gut, also musst du deine Portale dahin machen Ich bin bereit Also du musst erst die Brücke entstehen lassen Dann hier runterlaufen Um mich rüber zu katapultieren Und wenn ich am Ende bin Musst du den Knopf für den Für den Würfel drücken Okay? Okay Okay Ich bin bereit Erst Knopf wie Brücki? Erst Knopf wie Brücki Dann, äh Dann Portal für mich Und dann der Knopf für den Würfel Ich laufe nur Äh Ich glaube, nein Mann, ich mach doch Rechtsklick, ey, du Pissding Du musst ganz Du musst ein bisschen weiter Weil das ist sehr knapp Okay, ich fang das Laufen wieder an Okay Ähm Klappt was nicht Ich drück doch Rechts, Mann Pisshuh in so einem PC, Mann Oh Wart, du musst eins noch machen Ich hab aus Versehen meins hin gemacht Gut, danke Wir kriegen das hin Keine Sorge, ja Wir kriegen das hin Knopfi, Knopfi Beweg deinen fetten Arsch Jetzt Portal Portal Okay Okay Wart, warte, warte Ich komme Ich komme Ja Wart, ich muss ihn absetzen So Ich setze ihn ab Jetzt komm Abschlagen Wow Yeah Geiler Move Jawohl Und wo muss Jetzt können wir endlich die Tür aufmachen Das war die vorletzte Kammer Jetzt kommt die letzte Und dann haben wir den Korb geschafft Oh Ähm, okay So Ah ja Stimmt, die haben ja Stimmt, weil die beiden haben ja Shell auch kennengelernt am Schluss von Porte 2 Oh Am Schluss von Porte 2 sieht man Peabody und Atlas Ach ja Ja, so ist das du Mhm Ne, du musst ja nix Ja, und wir haben jetzt etwa, ich glaube, drei, vier Tage gebraucht oder für den Korbmodus Ja, geht doch noch, geht doch noch Ja Wir sind Mit unserer Teamarbeit auf jeden Fall Ich sehe gerade meine Kopfhörer sind fast leer Oh Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe Äh, ja Wir müssen nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten Okay Okay, wow, 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 wow Wie hast du das gemacht? Äh, ich habe gar nichts gemacht Aber da war doch ein Würfel, oder? Ja Jetzt ist der Würfel weg Jetzt haben wir keinen Würfel mehr Äh, ja Das ist blöd Äh Äh, was Moment, lass uns Ne, warte Da war doch ein Würfel Ma Ja, ich muss auch nochmal ins Wasser Hä? Du sollst die Fresse halten Findet die Tür zur Kammer Ich glaube, das war kein wichtiger Würfel, weil sonst würde der wieder erscheinen Ich glaube, ich weiß wie Ja Ich auch, ich mach hier einfach ein Portal hin Und dann Hier eins hin Was? Ich weiß Äh Dann drückst du den Knopf da Okay Aber das, das Rote muss, das Rote muss hier hin Da muss das Rote hin Nicht nur Nicht nur Nicht nur? Ach, ich weiß es doch selber nicht Hm Da kann man nicht durchschießen, aber Hm Bum, 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 ba-da-da-dam Oh Uh, jubi, der Chatbär Bla, bla, bla Ähm, ich glaube, da muss auch nochmal Blau hin, oder? Ich liebe sie Was? Ne Hä? Ich bin zweimal reingefallen Komisch Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen Ja, probieren wir doch, Kledos Jetzt hör auf zu nerven Okay, wie jetzt? Also, wir müssen rüberlaufen Ah, das Blaue ist schon mal gut Jetzt brauchen wir aber noch das Rote Das Rote muss hier irgendwo hin Wo bist du denn? Ich glaube Ich glaube